Ah, vielleicht sollte ich mir diesen Auto... Wua, Flugzeug, wua, ich hab mich nicht erschrocken. Na, da hat jetzt niemand gefahren. So, vielleicht sollte ich mir doch lieber diesen Motor holen für Fahrzeuge Tracking, also nachverfolgen. Obwohl die auch wirklich alle kommen. Weil hier sieht's nicht ganz schön aus. Boah, viele Busse dahin fahren. 30 Passagiere, 30, boah, alle Busse sind voll, randvoll, oh ne, der ist nicht voll, der Bus. Aber diese lila Busse sind alle randvoll. Ah, wie sieht's eigentlich mit nem Bustipus hier unten aus? Ein Bus, sieben Bus. Ey, sie, ja, ja. War gar nicht mal so viel in Verwendung, ja, ja. Ah, hier kann man noch was mitbauen, vielleicht Baustaus und Parken. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Irgendwie, was kommt da noch hin. Ah, ja, wegen diesem Gebäude ist ja jetzt ja auch Strom. Okay, sie wollen auf jeden Fall ganz viel Industrie. Hm, wer soll ich hier so einen Kreisverkehr bauen? Ich denke, das wird die beste Lösung. Weil ich will da noch auch weiter ausbauen. Ich denke, ich mach hier so einen Kreisverkehr hin. Kreisverkehr, wo seid ihr? Kreisverkehre. Da, weil ich hab keinen Bock, meinen eigenen Kreisverkehr hier zu entwickeln, zu bauen und so. Wenn es schon was fertiges gibt. Okay, also hier muss auf jeden Fall ein bisschen Straße weg. Zack, zack, zack. Also man kommt runter und dann sofort in den Kreisverkehr rein. Okay, da ist es. Ah doch, es ist verbunden. Oh, komisch. Hat ich noch nie. Ist auf beiden Seiten, dass es sofort verbunden ist. Oh, ist ja sehr schön. Das ist ja immer sehr fein. Also hier kann ich die Straßen auf jeden Fall verbessern. Zack, 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 zack. Ah, da hinten. Ja, sollte ich ja auch jemanden hinschicken. Ja, doch, mach ich auch noch. Hier kann auch noch was hin. So, auf jeden Fall. Hier muss ausgebaut werden. Ich schicke mir die Ressourcen. Wo gibt's denn so Ressourcen? Boah, hier gibt's auch viel Öl. Hier gibt's auch viel Öl. Hier gibt's viel Öl. Da muss auf jeden Fall weitergebaut werden. So, äh, hier bis da geht's und cool. Da werde ich dann hier den Distrikt hier ausbauen. So, hier muss auf jeden Fall zu Seite gebaut werden. Äh, wait up. Äh, zack. Sorry, da ich gerade das Mikrof, äh, angefasst habe. Es war eventuell laut. Könnte sein. So. Äh, joa. Mäh. Soll ich ja auch nur so eine Autobahnausfahrt machen? Ich denke, ja. Hier wäre auch so eine Autobahnausfahrt ganz angebracht. Hier so eine Autobahnausfahrt. Dreh dich. Naja. Ich baue da immer einen Kreisverkehr hin. Das kommt gar nicht hin. Ich brauche hier viel mehr, viel mehr Platz. Ne, eine Autobahnausfahrt von da oben reicht. Hoffe ich doch mal. Okay, da müssen hier Gebiete ausgewiesen werden. Ja, komm, ich kann das Spiel jetzt anmachen. Kommt Autos, geht auf die Straße. Böse. Oh, die haben keinen Strom. Oh, 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 oh. Mein Fehler. Oh. So, jetzt wird es aber wieder Strom geben. Zack. Nein. Nää. Nää. Böse. Komm. Ja, so. Sieht zwar jetzt ein bisschen letztlich aus, aber ich will die Stromleitung später irgendwie abbauen. Hier wird ja ein Industriegebiet sein, dann kann ich sie bis nach dort oben abreißen. Okay, jetzt geht es aber. Ähm, dann weise ich schon mal hier so Gebiete aus. Ähm. Ähm. Ah ne, ich muss erstmal den District. Ah doch, der District ist schon bis da vergrößert. Ich vergrößere ihn noch ein bisschen. Bis zur Autobahn kommen. Nein. Jetzt habe ich ihn damit verconnectet. Eep. So. Weg damit. Die Autobahn gehört niemandem. Die ist, ähm, Landeseigentum. Nicht hier District-Eigentum. Stadteigentum. Ah, soll ich da auch noch so Dinge machen? Nee, dann mach ich nicht Parks oder sowas hin. Okay, auf jeden Fall müssen hier Gebiete ausgewiesen werden. Zack, 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 zack. Tralalalalalalalalala. Gebiete ausgewiesen werden, werden sie jetzt gemacht. Okay, da oben auch noch ein paar. Immerhin Öl, gib mir Öl. Bäh, 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 bäh. Wehe, jetzt kommt niemand. Wehe, jetzt zieht hier niemand ein. Dann werde ich sauer. Dann werde ich ja. Oh, da doch, da kommen die Ersten. Haha. Aber eventuell reichen die Arbeiter wieder nicht. Oh, hier sieht mit den Arbeitern viel besser aus. Ja. Hm. Sieht da, das nach, doch. Sieht das nach einem Bug aus? Nö. Nee. Nein, ganz und gar nicht. Das ist ja wohl gar kein Bug hier. Nein. Nein, 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 nein. Hä, was ist denn los eigentlich? Ach, die löschen. Oder was? Oder haben gelöscht. Oh, die roten Busse. Okay. So, fährt er so. Ach, die wollen nach da. Die wollen nach da. Zum Bahnhof, Güterzug-Bahnhof. Ah, das zeigt nicht an, wie viele Güter da immer ankommen. Also mit den Flugzeugen fliegen schon ein paar Leute, aber nicht so viele. Also hier habe ich so kleine Shops hingebaut, so ganz süße kleine Shops. Das sind eher so Tankstellen. Also ihr kennt auch da so solche Imbiss-Dinger da aus den USA und so. Wo viele ungebildete Leute arbeiten da. Die Bildung, die Bildung, die Arsch. Da ist eine Universität. Da sollte ich hier noch eine zweite hin klatschen. Direkt daneben. Ich würde so das, ja, gebildete Bürgertum-Leben und so. Ja, komm, klatsch mal hier, denke ich noch so an eine Universität hin. Aber nee. Das ist dann so eine Hauptstraße. Hm. Wieso passt das nicht hin eigentlich? Ah, wegen der Straße. Oh, da ist ja eine Straße. Hm, wenn ich die Straße hier abreiße und dann... Aber das sind so gute Gebäude. Guckt euch das mal an. Fünfte Ausbaustufe. Ach, das kann ich doch gar nicht abreißen. Nein. Hallo? 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 Boah, das sind solche Boss-Gebäude. Das sind sogar Tennis-Plätze auf dem Dach. Hallo? Basketball-Plätze. Was sind das für Gebäude? Nein, das kann ich nicht abreißen. Nein. So, Leute. Nein, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ich kann das einfach nicht abreißen. Boah, das sind alle voll ungebildet. Oh, oh, oh. Alle voll doof. Oh, oh, oh. Ihr solltet hier noch eine Universität hinbauen. Komm, ich mach's einfach nehmen im Flughafen. Wer interessiert's? Oder einfach hier rein. Ich denke, ich würde es einfach hier... Nee, das geht nicht. Nee, komm, dann können Sie über die Autobahn schnell so zur Universität kommen. Buh, 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 buh. Wie soll ich das hier so hinbauen? Hm, 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 hm. So, eine Straße. So. Äh, nee, mal checken. Nee, komm, ich lasse hier einfach Leute einziehen. Ich lasse hier einfach Leute einziehen. So, da hat eine dicke Universität hin. Bäm. Dicke University. Bäm, da freuen sich schon alle sofort. Bäm, bäm, bäm. Ah, und dann baue ich hier auch noch ein paar Schulen. so eine schul-universität street hier so ein paar normal schools so oberschulen noch ein paar komm ich mach mir ja alles gemischt oberschule und grundschule wenn die oberschüler angst haben zur schule zu gehen ist halt so müssen sie halt damit leben da mache ich einfach park sind so ein park die leute brauchen ja auch ein bisschen freizeit und da so einen park kommt doch alles ganz gut hin so ich wollte da noch leute einziehen lassen oder soll ich das machen da sind dann spannen am start nie das geht gar nicht nie 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 so ich mache einfach noch mehr parks er geht nicht sonst reicht die bäude da gleich er kann ich da kann solche großen park sind bauen ich will keine gebäude abreißen sowas kommt so ganz gut hin so was habe ich noch für kleine parks da kommen wir gleich auf der anderen seite hier auch noch mal paar kleine parks also gibt es noch sowas da kommen jetzt nur ganz ganz kleinen park sind nein 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 alles ist so groß gibt mir was kleines los ich brauche gar nicht 10 garten sind so zum gott und basketballplatz auch ganz wichtig man will auch basketball spielen schließlich so und da kommt auch so ein basketballplatz in 10 garten passend zu hin leider sowas und das war es auch nicht da da mussten was hin ich hatte dass man das nicht so ziehen muss und immer klicken er kann nun immer so klicken muss das ist immer voll doof also um hier durch zu blättern das finde ich immer voll doof so okay ach ich habe ganz viele parkplätze auch das ist ja auch ganz gut für die eltern damit sie hier so ankommen naja hier sind auch noch mal ein paar parkplätze okay wie viele kranken waren wo alle kranken waren in verwendung das krankenhaus ist leer sozusagen alle streifen waren also auch in verwendung und ja die feuerwehr ist nirgendwo okay nein flughafen da kommen wir mal so oder fahren noch ein paar leute weg okay okay also die stadt wächst und gedeiht langsam aber sicher und ich wusste das ist eine schlechte idee hier mit dem zug die staus werden immer mehr das heißt pause 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 vielleicht näher es kann mich abreißen es geht doch nicht nein so weg damit weg damit und ich mache mal sowas wo es hier zug zug gibt mir zu klein das okay machen wir sowas und dann wird nach oben bild nach oben die strommasten kaputt ja sowas steiles runter sind acht daran so geht das auch super okay dann fahren die züge oben das geschäft aber was soll es aber dafür die vier autos für den verkehr ist gut ja da läuft doch alles sofort ja 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 ist doch viel besser vielleicht kann ich ja noch so eine straße darunter ziehen nein leider nicht leider geht das damit der straße nicht okay die wollen auch grad nicht wirklich etwas wo ein paar wohngebiete aber ich kann das hier nicht nach unten vergrößern hier so nach unten hier oben was könnte ich da hinbauen da ist ja so ein flughafen hier oben kann ich mich wirklich etwas hinbauen vielleicht reichen weil die strommasten ab das kann ich als erstes machen so weg von den strommasten okay boah 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 green lines komm ich mach mal das green lines nicht die die flugzeuge grünen lines so da sind die grünen lines wegen der grünen turbinen und so weiter und grünen flügeln und so dieses flugzeug ja ja grünlein weg tschüss wir sehen uns vielleicht irgendwann mal nicht mehr okay ein bisschen industriegebiet nachfrage ja ja jetzt oh shit oh shit oh shit ich bin wieder super wasserversorger oh shit sorry leute ist mein fehler es tut mir leid das tut mir wirklich leid ich hab's wieder vergessen ich hab's wieder verbrannt ja ja wie ist eigentlich mit dem wasser aus ja ganz gut strom super müll ja sieht ganz okay aus also die beschweren sich zumindest nicht aber wie sieht es eigentlich mit diesem diskuss hier aus kann ich jetzt das danach da verschieben jetzt sollte das wasser weg sein ja das wasser ist weg super okay weil er war ja früher so ein staudamm und so erinnert euch bestimmt noch das war ganz schlimm das war ganz ganz schlimm und ich finde die brücke sieht voll cool aus voll cool und die ganzen hier bürogebäude die entwickeln sich auch gar nicht weiter ich weiß gar nicht wieso wie sieht sie mit der unterhaltung aus naja auf dieser seite sieht scheiße aus okay wie sieht es hier aus die wollen sich gar nicht weiterentwickeln ich weiß nicht was denen empfiehlt weil das doch das stehen würde reiseagentur ach niemand reist reiseagentur lachgesicht ja niemand reist ist klar ist doch klar scheiße waren ganz viele entweder bürogebäude oder industriegebäude und das nutze ich aus dem bau hier das hier weiter aus wie es mit strom aus geht es kommt da an da kann ich das ja abreißen das nutze ich aus und bau weiter den öel distrikten aus er hat sich geräumt voll hier nein das kann alles weg diese leitung auch darüber muss auch nichts okay also die autobahn wird langsam belebt haben der kreisverkehr auch dort drüben jaja sieht alles ganz schön aus und dann muss ich scheiße dafür da fehlt hier noch ein bisschen zack zack nix da hier alles bebauen habe ich gesagt wo ist das mit dem flugzeug weil die flugzeuge werden mich jetzt immer schrecken hau ab habe ich gesagt ah ich habe mir weh ich würde ja so eine dicke straße rein bauen so ja komm machst du so noch nach oben zack jojo dann mache ich da noch paar industriegebäude zack 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 mir geht es von dort aus hier so rein sorry gebäude ihr müsst gleich weg ausziehen nein komm na komm wieder nicht hin ah ja 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 weder spiel mich am afacke nein spiele lass mich in ruhe naja ihr solltet nicht über das spiel in ruhe lassen ich belästige es eher gesagt nicht das spiel mich aber das spiel ist einfach zu cool um es einfach in ruhe zu lassen sonst was dort drüben dann mache ich da noch mehr industriegebäude ausweisen man sollte es reichen also öl sollte jetzt viel da sein oh die staus oh 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 wieso fährt ich nicht über die autobahn ich verstehe das nicht naja ok bis man da ist muss man erstmal hier so oder erfahren da kommt man ganz easy hin da ist ein kreisverkehr hier ist ein kreisverkehr oh 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 hier sind auch ein paar staus ei 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 in einer großen stadt zu leben ist mit staus jeden tag konfrontiert zu werden ja das ist schon die feuerwehr die arbeitet auch kaum feuerwehr arbeite wofür bin ich eingestellt hey das ist voll blöd wieso fern einfach so viele gebäude das haben das ist dann sind sie die gab es ja auch ganz viele probleme das mit den kleinen maps und so blablabla haben sich ja viele beschwert ich fand es ja ok nicht sehr toll konnte man nicht so eine riesige stadt ausbauen aber hier ist das problem mit den verbraten gebäuden ich sage die ganze zeit hey Snapdragon said hey ja voll blut oh hier sind zu vielen leichen das auch so oh shit das sieht aber nicht so toll aus vielleicht sollte ich die straße noch umdrehen weil die fahren nach rechts ja ja können sie von da nach da und die nach da ich denke das ist besser so oder nee das würde ich eh nichts bringen ich weiß aber nicht genau wenn man hier so eine staukarte aufmachen könnte das wäre auch ganz angenehm aber nein geht nicht leider so wie sieht es eigentlich mit den ausbau stufen hier aus ja so erste stufe alles ein bisschen mager ja ja aber hier unten dritte stufe stufe die firma habt ihr gehört die firma die einzig wahre hier sind autobahnen aber hier fährt man über die autobahn ist sehr komisch hier so eine dicke autobahn gebaut und erfahren ein zwei typen ah ja wo fährst du denn mein schöner äh mein süßer bleib stehen hallo nein bleib stehen nein ich hab ihn gerade angeklickt nein bleib stehen nein so ok gewesen das das ist platz nein geht nach platz mit picknick tischen über die autobahn besitzer albert finch gut gebildeter junger erwachsener wohnt in die pinenresidenz arbeitet bei copyshop sie kopieren einfach alles von den anderen ja ja fährt nach platz mit tischen oder fährt hier über die autobahn gut dass ich die autobahn gebaut habe die fahren dann über die autobahn hier das ist sehr gut so war es auch gedacht na ja und dann fährt er fährt er fährt er na mal schauen mal schauen und ich höre was von links nicht nein nicht die flügel nein nein die acht geförter da das auto ist verschwunden und da acht days dann mit seinem hund unterwegs Oh, geil Die Leute können sich sogar hinsetzen Cool Ich hab gar nicht gedacht, dass das so cool ist, das Spiel Boah, die Vögel, die ja da unten am herumdüsen Genauso wie die Flugzeuge Ein Verbrecher Kriminalitätsrate ist zu hoch, was? Was? Nein Hä? 6% Also bitte, Leute Hier sind auch Polizisten überall Oh, hier sind nur ein Problem Kann nicht sein, okay Aber was ist denn in der Polizisten? Ja, alle Schreifenwagen in Verwendung Hä? Ich verstehe das gar nicht Komisch Muss ich jetzt noch mehr Polizei bauen? Äh Halt ich jetzt eigentlich nicht vor So, ich hoffe, bald kommt ein neues Upgrade Dann kann ich das weiter vergrößern Hier Die Stadt, das wäre dann cool Da könntest du neue Gebiete ausweisen Weil die Leute hier haben wieder keine Arbeiter Oh, hier fährt auch der Buskernchen Das ist doof Muss ich dann hier die Buslinien Ein bisschen umändern Bus Bus Oh, was? Er fährt durch die Mitte der Bus Oh Äh Ich muss mir mal den Bus anschauen Von der Linie Ne, der fährt nicht hier durch Er fährt über den Kreisverkehr Sieht aber ein bisschen komisch aus Es ist ein Bug im Ja, im Mod Ok, hallo Buslinien Linie zum Entzufügen oder Äh Linie zum Entzufügen Eine Haltestelle ziehen Ok Also das da Beim Zurückfahren oder beim Hinfahren Ich denke beim Hinfahren Müssen sie erstmal nach da Ja, komm Ja, 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 ja Äh Bewerb, nach da Zack Dann da Nach da Geh nochmal Äh, büpp Mach mal Machst du mal nach da Zack Alles sind zufrieden Und so Ihr wisst ja schon Dann, äh Noch eine Linie nach unten Denke ich Ja Da kommt noch eine Linie nach unten Zack Auf der anderen Seite auch Ne, auf der anderen Seite Ne, ich lasse mich ja gar nicht Oder doch Komm Oder? Ne, komm Mach ich einfach mal Da noch einmal Kommt noch alles ganz gut hin Oh, und das ist noch eine Linie So eine Orange, ne Ach, das sind sauviele Linien Ach, verstehe Du hältst da Komm mit Du hältst noch da Zack Die Orange Line Die hält auch noch da Unten Ach, da muss ich auch nochmal eine Haltstelle hinbauen So Du gehst noch nach unten Zack Ich will die Orangenlinie Nein, gib mir die Orangenlinie Ich will die Orangene Nein Da ist die Orangene Ha Hab ich dich bekommen Ha Was sagst du jetzt? Äh, gar nichts Ja, ja Gar nicht, sagst du Gar nichts So, da auch nochmal Okay, und dann ist hier Äh, ja Äh, ja Okay Hier ist noch eine Linie Hier ist anscheinend noch eine Linie Komm mit Linie Ne, 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 ne Falsche Äh, falsche Seite Da So Okay Dieser Äh, wenn die nach von der Nach da Wenn es nach da geht Okay, dann muss ich das von da ziehen Äh, da, da, da Äh, so Zack Da an der Bushaltstelle Also ich muss ja auch noch Busse verlegen Damit ich auch noch hierhin fahren Und auch die Leute hierhin kommen Weil hier sind kaum Arbeiter Beziehungsweise die haben hier Arbeitermangel Bestimmt kommen sie einfach nicht zur Arbeit Ja Oder zu spät Und dann werden sie gefeuert Das ist dann gut Okay Also da auch noch ein bisschen verbunden Sehr fein Da mach ich das mal weg Denk ich mal Oder? 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 Hm, da könnte ich mir hier Busse hinbauen Da oben Gibt es keine Busse Aber hier fahren auch kaum Autos Deswegen ist alles okay Da oben Also hier Hier zumindest Okay Hier fahrt nur so ein Zwei Autos Und das war es auch Recycling Aber muss Recycling sein Okay District 7 Das ist ja wirklich stort Ja, das ist alles District 7 hier